Hi, Digga Yoshi wieder mit einem DVD-Film, den ich euch näher bringen will, Am wilden Fluss, den hatte ich damals auf VHS gehabt und ich finde den Film sehr gut, ist so ein Abenteuer-Swiller, macht viel Spaß den zu schauen mit Kevin Bacon, Kevin Bacon ist ja der immer gern mal einen Bösewicht spielt und diese Rolle passt auch wieder sehr gut auf ihn oder zu ihn und macht Spaß, also es geht um Rafting, also Wildwasser-Rafting und wo eben halt, ja wie soll ich sagen, sie ein bisschen Stress bekommen, also echt klasse Film, sollte man mal gesehen haben und kam auch schon auf den FreeTV, mir gefällt er sehr gut, ich mag den Film aber jeden Tag gucken gut und dann habe ich auch mitgenommen für 7,99 Euro, Mediamarkt, so und die ganz alten Kassenbons. Ja, das soll es wieder mal von mir gewesen sein, von den Filmen, Am wilden Fluss, wieder mal bis demnächst sagt der Digga Yoshi, gell, bye bye und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.